moin moin und willkommen zurück zu age of mythology the titans so wir sind jetzt auf dem weg zu neuer atlantis und werden da mal nach dem rechten sehen was da gerade los ist ja auf geht's es ist die vorletzte mission woher ist er nun Oh Mann. Ja, hinter euch. Hahahaha! Krios? Die Atlantien werden von diesen Dingen entfernt. Wir müssen sie retten. Wir müssen die Automatons ausführen. Ajax, du bleibst hier bei weinen. Komm los! Hier. Bleibt hier weg. Oh, hier kommen noch ein paar auf und zu. Es wird anfangs erstmal eine sehr stressige Mission. Also. Ich muss ein bisschen konzentrieren müssen. Bleibt doch einfach hier hin. Ihr müsst nicht damit kämpfen. So, da ist erstmal Ruhe. Genau. Gekämpft wird jetzt gerade nur. Mit... Da ist Gold. Holz. Holz. Mit unseren Helden. Ja. Und wir müssen schnell sein. So, verteidigt den Punkt. Wir können... Keinerlei... Bürger rekrutieren. Anderweitig. Für Nahrung sorgen unsere Fischerschöffe. So. Nach dir oben Platz. Wir werden attackiert, Kaster! Ja, ich werde euch schon retten. Hier kommen noch mehr. Keine Sorge, wir werden schon schnell genug hinkommen. So, damit die Passagen sich so ein bisschen... ...selbst verteidigen können. Eigentlich ein ziemlich wichtiges Upgrade. Möchte ich auch gleich dazu nehmen. Na, das brauchen wir eigentlich nicht. Ja, der schickt Haufen von Automatons zu uns. So, ich muss mich etwas orientieren, was ich denn hier habe. Was dann für mich sind erstmal nur Tempel. Spätestens da oben bekomme ich aber ein. So, da ist gleich für Ruhe gesorgt. Fischräuse. Damit sollte unsere... ... verwundet. Ja, dann würde ich mal sagen... ...auf an die Arbeit. Die Statue sind attackiert! Hilfe! Wir müssen hurry! Hier ist es. Hier ist es. Also, schnell da rein. Und den letzten Trupp beschützen. Du wirst mal schnell zum Helden. Holst dir die Reliquie ab. Reiß dann da durch. So, und räumt hier auf. Aber schnell. So, Holz bitte erstmal. Oh. Scheit! Den Tempel wollte ich gerne behalten. Naja, solange wir am Ende noch irgendeinen Tempel haben. Hier im Bett. Und die stehen diesmal an einer komplett anderen... ...an einer komplett anderen Ecke. Hier ist es. So, die Reliquie ist praktisch, denn... ...sie sorgt dafür, dass Helden... ...mehr Schaden... ...an mythischen Einheiten verursachen. So, das Upgrade können wir uns jetzt auch leisten. Mhm. Sicherlich auch nochmal ein Upgrade. Gut. Ja, hier kann auch nochmal ein Fischerboot dazu. So. Schon das nächste noch nicht, aber gleich. Leute, seht zu, dass ihr... ...was angreift. Oh. Ach, da ist auch noch einer. Du bist doch Held. Oh. 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 So, fix da hinten hin. Ich glaube, sonst können wir nämlich nicht... ...diese Stadt hier oben übernehmen. Die ist... ...ziemlich wichtig. So, das wird... ...mein Produktionsgebäude... ...für die Einheiten später. Die Turm-Upgrades... ...können wir grundsätzlich gebrauchen. So, das sollte es jetzt... ...hier erstmal sein. Du... ...reparierst jetzt erstmal... ...den Kram hier. Ich sehe... ...keine Goldmine hier direkt. Und meine Helden müssen... ...schnellstmöglich da unten hin. Auch hier... Ah. Helden regenerieren. Sehr gut. Ziemlich wichtig. Du... 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 So... ...Gold. Eine geschützte Goldmine... ...ist bei... ...ziemlich weit unten. Darfst du eigentlich auch... ...mithelfen. Erstmal gespannt, ob die denn... ...an der... ...so... ...Stands... ...da stehen bleiben. Die kommen hier immer wieder vorbei... ...sollten aber nicht die... ...mauern einreißen. Ich wollte gerade sagen... ...sollten aber nicht die... ...mauern einreißen. Eigentlich... ...kommen die oben lang. Diese... ...Idioten. Genau. Da sollt ihr langlaufen. Davon bräuchst du sowieso ein paar. Ja, das repariert. Wunderbar. Und jetzt... ...zurück zu diesem Tor. Omelu lebt sogar noch. Momentan sind sie Kanonenfutter. Ändert sich aber noch was dran. Okay, wo hatte ich hier... Wunderbar. Raus mit euch... ...und ran an diese... ...geschützte Goldmine. ... ...herje. Was dumme ist, wir können auch keinerlei... ...Gebäude bauen. Die machen vergleichsweise wenig Schaden. Wunderbar. Okay, ich habe dich noch... ...zur Not um... ...so, vier Stück Preise so... ...noch davon. Du reparierst... ...mal bitte das Tor. So. So. Ein paar Heldenfanatiker... ...hilft ja nichts. Ja, meine Helden kämpfen hier weiter... ...und sie springt da mal wieder... ...wild rum. Dann wird es genauso ablaufen... ...wie vorher schon bei... ...dem Testlauf. Sie haut das Tor kaputt... ...wenn doch jemand durchkommt... ...kümmern sich Ajax... ...Castor... ...um den Rest. Amandra mit ihrem rumhüpfen... ...stört sehr. Ja. Okay. Da ist unsere Nummer 5. Die Upgrades brauchen wir. Gold werden wir häufig mal... ...irgendwie anderweitig reinholen müssen. Die laufen halt kurz zum Tor... ...dann wieder zurück. Die geben halbwegs Ruhe. Ja. Amandra fällt die ganze Zeit. Und die Helden halten sich da auch. Unser Ziel ist jetzt erstmal... ...hier eine Armee aufzubauen. Hey, die haben glaube ich tatsächlich mal... ...drauf eingeschlagen. Sea Trap weapons... Ja. Geschützer gegen Schwertattacken. Ne. Torkoppertoren. Nichts anderes. Ja, viel Fanatiker... ...zu Not können... ...können da dann Helden draus werden. Okay. Jo. Das Upgrade auch noch gleich. Jetzt dazu... ...das auch. Amandra geht mit ihrer Hüpfer-Attacke einfach so... ...auf die Nerven. Mehr Hitpoints für Gebäude. Ja, bringt uns jetzt... ...nicht mehr allzu viel. Wir sollten zusehen, dass der Gegner uns... ...nicht mehr... ...persönlich angreift. Ja. Von... Kommt. Ihr könnt hier ruhig... ...Gold sammeln. Schütz genug, da sollte kein Gegner... ...vorbeikommen. So. Amandra steht gleich wieder. Okay. Wir angreifen. Bis du... ...tot bist. Ja. Sehr nervig. Okay, da bitte Holz sammeln. Genauso wie ihr... ...beide. Ja. Ist wieder gleich tot. Hier sollte man sich Zeit lassen... ...mit dem Durchgehen. ...bübübüb... ...Trop 7... ...bleibt erstmal normale... ...hier die... ...zusätzlichen... ...noch neutralen... ...Gebäude einnehmen. Einheitenverteilung. Okay. Sogar noch Dorfbewohner kommen dazu. Ja, damit haben wir eine Armory. Ich bin gerade verwundert, das bringt uns recht wenig, dieses Ding. Da oben wäre nämlich auch eine. Ich hatte dann die Hoffnung, bringt uns dann so richtig viel. Tut es aber nicht. Doof das. So, die nächste Ecke, wo wir was hinpacken sollten. Nehme ich mal das Ganze hier zum Erkunden. Den restlichen Karten, wenn ich mich hier vernünftig aufbaue. Okay. Da haben wir, wie es aussieht, jetzt bald das Maximum erreicht. Dann wird jetzt einfach dazu danach geschaut. Hier, so viel mehr möglich an... Einheiten rauszubekommen. Wo war? Da. Ist aber schon rausgekommen. Die Tiere sollten jetzt nicht meine... In Wedge. In Wedge. In Wedge.